Lucas Bravo plaudert mit Promiflash über seine Beziehung. Bei Emily in Paris spielt der Hottie den Koch Gabriel und wickelt damit nicht nur die Serienfigur Emily um den Finger. Auch Fans auf der ganzen Welt schmachten den Franzosen an. Doch diese müssen jetzt stark sein, denn auf dem Mouet et Chandon Effervescence-Event in Berlin verrät der Schauspieler gegenüber Promiflash total überraschend, sein Herz ist vergeben. Erstmals spricht er offen über seinen Beziehungsstatus, denn das ist eigentlich Privatsache für ihn. Doch ein Detail kann man ihm dann doch entlocken. Und dieses Lächeln verdeutlicht, Luca ist total happy. 1. Die Weltkrieg, die Weltkrieg, die Weltkrieg, die Weltkrieg und die Weltkrieg. Untertitelung des ZDF, 2020